Rüdiger, ja, ich würde ganz gern mit dir was besprechen. Real Madrid? Ja klar, sofort. Was denn? Hochverteidigen. Kannst du das? Klar, Logo. Zeig ich dir auch gern. Naja, nicht zu tief, Rüdiger. Nicht zu tief. Nicht zu tief, Rüdiger. Warum? Entspann dich. Ist doch alles gut. Sei bitte vorsichtig. Sei ganz vorsichtig, bitte. Uh, guck mal, Rial. Ich mach Dribbling. Hey, keine Kapriolen, Rüdiger. Und Übersteiger. Uh. Bitte, bitte, bitte. Ja, ja, Rial, ich mach das schon. Nicht zu tief, nicht zu tief, hab ich gesagt. Na, jetzt komm, entspann dich mal. Siehst du das denn nicht, dass das gefährlich ist? Hä? Nö. Nein, Rüdiger, bitte. Das war kein Meter. Hast du das gesehen? Ja, ja, ja. Hör auf damit. Bitte. Ich nenn dich vom Platz. Warte. Neuer Versuch. Keine Kapriolen. Vorsichtig. Meine Güte, wechselt der Rüdiger tatsächlich zu Real Madrid. Was meint ihr? Guter Transfer? Ach ja, und checkt euch gerne noch das Video ab. Ciao.